Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube und Gamescom auf der Playstation 3. Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video, einem Commentary, was ich heute vorbereitet habe. Und da denke ich einfach mal, ist es auch an der Zeit über eine Sache zu sprechen, und zwar der Fernseher. So, und ich würde mich erstmal freuen, wenn du mal schreiben würdest in die Kommentare, was für ein Fernsehgerät du besitztest, und da können wir uns einfach mal ein bisschen austauschen, da können wir mal ein bisschen sehen, was und wer hat. Da könnt ihr auch ein bisschen angeben, so, kann einer schreiben, hey man, ich habe ein Ultra-HD-Fernseh, 35.000 Euro, kannst du das gerne in die Kommentare schreiben. Kriegst auf jeden Fall Respekt von den anderen, sozusagen. Ja, mein Fernsehgerät, das kann ich euch sogar sagen, was ich habe, ein LED-Smart-Interaktiv 2.0 TV 32, äh, Full-HD 200 Hertz, LED-TV, ganz normal, USB-Anstecker, viermal Grundig, was sonst. Ging das so schnell? Jo, das tut mir dann leid. Ja, auf jeden Fall möchte ich ja mal über den Fernseh sprechen und die Revolution der Fernsehgeräte. Und wir sind in einem ganz neuen Spiel, das ist ja noch toller. Fernseh. Was ist das? Nun ja, was wir sehen auf dem Fernseh, sind ja nichts anderes als ganz, ganz viele Bilder, die auf eine Art, auf eine Art, ja, es ist ja schwer, ein Fernsehgerät zu erklären. Also auf jeden Fall sehen wir ganz viele Bilder pro Sekunde, die gesendet werden und die sehen wir dann als flüssiges Bild, ne? Und damals war es ja so, dass Fernsehgeräte nur für reiche Leute da war. Also ein Fernseh hat schon viel gekostet. Würden wir das heute im Verhältnis sehen, dann würde so ein Fernseh, damals so ein Röhrenfernseh, also sehr damals, also sehr früh, so ungefähr 3000 Euro kosten. Das heißt, gut Betuchte hatten das und, ja, zwei Fernsehgeräte, das galt ja schon als unmöglich. Sowas hat doch keiner. Nun ja, auf jeden Fall entwickelte sich das dann immer weiter. Es wurde immer besser, äh, also es wurde immer besser von der Art, vom Klang, von der Qualität. Und ihr wisst ja alle, was wir heute haben, ist ja wirklich bombastisch von der Grafik. Full HD haben wir heute, aber das war ja nicht immer so. Damals war ja alles noch, nun ja, matschig, aber auch nicht schlecht. Ne, ich kann mich noch erinnern, ich hatte damals einen Röhrenbildschirm. Ist überhaupt nicht schlimm dabei. Die Grafik war in Ordnung, man konnte ein Bild sehen, ein klares Bild. Okay, dann kam HD Ready. HD Ready ist übrigens nicht HD. Wer denkt jetzt HD Ready sei HD, der hat völlig, äh, übertrieben. HD Ready und HD ist immer, ist immer ein Unterschied, weil HD Ready ist nicht komplett HD, sondern erst HD ist HD. Ne, das ist, äh, ich würde sagen, damals Verbrauchertäuschung gewesen. Nun ja, dann kam irgendwann mal auch Full HD auf den Markt und das ist ja wirklich das Beste, was es, äh, für den Geldbeutel gerade gibt. Für den Geldbeutel des kleinen Mannes. Natürlich. Es gibt jetzt auch sogenannte 4K-Fernseher. 4K, das bedeutet, äh, einfach Ultra HD. Ultra HD? Ne, wem sagt das was? Nicht vielen, oder? Nicht vielen. Ultra HD ist einfach bombastisch. Das kann ich euch wirklich sagen. Ultra HD ist unglaublich 8 Millionen Pixel. Ihr seht 8 Millionen Pixel auf dem Fernseher. So, das bedeutet aber nicht, dass ihr 5 Zentimeter vor dem Fernseher hocken könnt und dann ein reibungsloses Bild seht. Nämlich auch bei einem Ultra HD Fernseher seht ihr bei 5 Zentimeter Entfernung Pixel. Es ist so. Und irgendwann mal werden diese Pixel gar nicht mehr vorhanden sein. Das wird irgendwann mal kommen, aber das kann noch ein bisschen dauern. Auf jeden Fall würde ich euch für euren Geldbeutel Full HD empfehlen. Das gibt's schon für 200 Euro. Und dann bekommt ihr auch die ganzen Spaten-Sender in HD. Und das, das flasht auf jeden Fall. Weil HD und Full HD, das sind große Unterschiede. Und ich sag jetzt auf jeden Fall tschau. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Tschau. Tschau. Tschau.